Naja, bei dir waren es einmal 270.000, gell? Das war alles, was man... Was? Ich vergaulich, äh, hier hinten, ja. In Diamanten. In 72.000, Alter, das war schon heftig. Haben wir nämlich eine Diamantenfahrt gemacht, auf einem anderen Server. Und wir hatten unsere zwei Helikopters, der Baker, das ist die größte. Diamantenflug. Ja, meine ich doch. Und dann waren wir halt beim Trader, wollten das schön verkaufen, mein Processing war nix, war schön. Und dann sind wir zum Dings hingegangen, zum Trader, und ich habe mir extra drunter gedrückt, weil da ein Heli unten war, mir extra im Chat haben wir gefragt, ob da jemand ist und so, und dann hat er gesagt, er geschrieben, ja, er war da, aber er wurde erschossen. Und dann habe ich gedacht, gut, das war vielleicht sein Heli, ich habe mir ja trotzdem drunter getraut, aber von oben, äh, oder ich und Michael haben dann von oben alles abgecheckt, ob da jemand ist, wir haben keinen gesehen. Ich habe sogar, als ich gelandet bin, in den Busch geschaut, direkt wo die Typen laden. Da, da ist, dann ist der Michael gelandet. Du, du bist auch fertig mit verarbeiten. Dein Nick ist, glaube ich, nicht da. Hallo? Nick ist nicht da. Achso. Doch, ich bin da. Achso. Ja, auf jeden Fall war es uns so, Michael ist dann gelandet, ich war oben in der Luft, habe es in der Luft verkauft, Michael hat unten alles abgecheckt, hat niemand gesehen, ich habe wirklich auch niemand gesehen, und direkt einfach unserer Nase kamen ein oder zwei Leute aus dem Busch raus. Die man fahrt, sei Rebellen. Ich schaue, ich muss gerade auf der Karte hier den Trader markieren, wo ist er denn? Zum Schluss, ich wurde aufgeraubt und habe mein ganzes Geld verloren. Ja, das waren halt 270.000. Und ein Helikopter, und der war 1,1 Millionen. Und den musste ich zurückkaufen, das waren auch 100.000. Ey, 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 warum zum Trader, wir haben doch schon das Kupfer, wir müssen zum Markt das Kupfer verkaufen. Ja, der Trader ist ja der Verkäufer. Das Kupfer kann man nicht beim Markt verkaufen, das geht bloß beim Kupfer-Trader. Dort fahre ich schon knapp, mit Verkaufen, dann noch. Ich warte nicht auf dich, ich mache den Wagen voll, dann mache ich meinen Rucksack voll und dann düse ich. Ja, ich auch. Dann Wagen voll? Ja, ja, mein Wagen ist noch einmal voll, dann passt halt nur noch einmal ein Kupfer rein. So, auf jeden Fall hier mal wieder eine ziemlich interessante Folge, mal wieder Kupfer bauen. Willst du, Dingens, zufällig, mir, wenn ich nach der Fahrt, wenn wir dann wieder auf den Server gehen, müssen wir vielleicht ein bisschen Geld leihen, damit ich mir einen Wagen kaufen kann, Crack? Ja, kommt auf eine Frage. Server der Straße folgen und in 4 Kilometer ist der Trader link. Kann ich dir das später sagen. Ja, ich gebe gerade Gas, das geht gerade nicht schneller. Niklas, dein Bruder. Der Schmalusbruder. Oh. Wie heißt dein Bruder? Wart mal, Nils. Ja, genau. Immer diese N-Menschen. Eikel. Ja, ich bin N. Eikel. N ist cool. Diese N-Menschen. Ja, jetzt komm, nicht mehr aufsammeln. NIMON! Auf jeden Fall. Hä? Was ist das für ein Straßenschalier? Ach, Kurve. Er ist verrückt. Sekunde. Mach, 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 mach. Nein, wir müssen weg. Wir haben bloß noch 17 Minuten. Ja. NIMON, was hattest du in Mathe? 1,1. Das war ein Lutsch-Harm. Es gibt Leute bei mir in der Klasse, die schreiben eine 1 plus in Mathe. Ah, du? Ja. Ja, und dann gibt es Leute, die schreiben eine 1,1. Oh, Leute, ich schreibe Fünfer. Michael, ich will da jetzt niemanden angucken. Du bist leider zu weit weg. Ja, es war nur einmal. Ich will wie. Nein. Ich meine, Michael ist erst zu weit weg, dass ich ihn angucken kann. Ah! Ich habe jetzt gedacht, ich werde mit dem Auto zu weit weg und du siehst mich nicht mehr. Oh, ich habe mir fast einen Flip geschafft. Nein, Mann. Ist dein Auto kaputt? Ja, schon wieder. Warte, ich repariere es kurz. Ich habe fast einen Flip geschafft. Dein letztes Repair-Kate, oder was? Ja, mein letztes. Wenn du überhaupt noch eins hast. Ja, klar, ich repariere es doch gerade. Mann, weißt du, es dreht sich Viertel und dann dreht es sich wieder zurück. Ich habe gedacht, ich schaffe jetzt endlich mal einen Flip. Na, endlich mal einen Flip schaffen. Das ist der Traum in deinem Leben. In Arma. Ah, dann noch 15 Minuten. Ich glaube, war nett, dass ich das packe. Ich packe das. Alter, ich bin froh, wenn ich es schaffe, in den 15 Minuten nicht einmal zu sterben. Wenn der Niggas nicht nochmal drei Unfälle baut, dann schaffte er das Verkaufen noch. Was seid ihr gerade? Das ist gerade auf dem Weg von Kupferveredelung zum Trailer. Okay, ich bin jetzt auch knapp auf Höhe vom... Checkpoint. Äh, Checkpoint, genau. Waren wir da schon, Simon? Ja, da sind wir noch... da waren doch die Schranken vor. Ja, aber ich meine, du bist ja durch wieder zurück. Wow, wow. Ne, der ist nach dem Trailer, glaube ich, der Checkpoint. Er rast da gerade an mir vorbei. Ich. Du, Raudi. Ich habe den Samurai von Tanner Forst erwischt, Alter. Ich habe gerade in der Kurve gefahren, mein Wagen ist auf zwei Rädern gefahren. Ohne Witz jetzt, ohne Witz. Mich hat's fast überschlagen. Ah, die Schranken sind so, Alter. Leckt mich. Wie, die Schranken sind zu, wer hat die zugemacht? Die Polizei kann das, glaube ich, zumachen. Jeder normale kann das auch zumachen. Ach so? Das ist ja mal einfach... Das ist ja ein bisschen blöd. Dummer, dummer Streich von jemandem. Ich meine, hier geht's jetzt gerade auf Zeit. Jede Sekunde ist hier. Ah, ich seh dich da vorne. 1,5 Kilometer nach. Das schaffen wir noch in 15 Minuten. Oh, bitte. Ich bin gegen den Schrankel gefahren. Oh, yeah. Warte mal schön an der Parkhalte. Okay, warte mal. Ich bin jetzt... Ah, hast du... Warte, ich packe 150. Tobi, 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 Tobi. Hast du ein Werkzeug-Kit? Ja, wenn du mit Shift fährst, dann auf jeden Fall. Komm zurück. Ich fliege dich an. Ich habe nur ein Werkzeug-Kit gekauft. Also ich fahre jetzt gerade 150. Ich fahre jetzt gerade illegale Geschwindigkeit. Obwohl, man kann eigentlich rein theoretisch 165 fahren. Wegen 10%. Also ich hasse dich dann. Ja, ich weiß. Okay, jetzt habe ich auch mal einen Unfall gebaut. Toll, du packst. Das muss ich auch mal reparieren. Ah, ja, ist hier. Ja, ich bin schon da. Ich kann jetzt so langsam fahren. Warte, ich stehe hier. Siehst du mich? Hier, du brauchst nicht zu mir vorfahren. Wow! Das Reparieren geht dir ganz schnell irgendwie. Ach so, doch. Du bist bei mir gerade geflogen, Alter. Ja, das ist ein Park. Warte, ich lege es raus. Ich würde gerade sagen... Ach, cool, danke. Ich würde gerade richtig abgehen und sagen, scheiße, du bist am Arzt. Da vorne ist ein Sherlock-Kit hier. Wir sind, glaube ich, schon vorbeigefahren. Sind das ihr? Ja. Wir sind auch schon auf dem Trader vorbeigefahren. Nein. Da sehe ich, ich bin ja nicht am Trader vorbeigefahren. Ach so. Aber dann nicht wahrscheinlich. Wir sind schon auf dem Trader vorbeigefahren. Ja, dann bin ich ja am Trader vorbei. Simon, du bist auch schon vorbei. Nee, ich fahre gerade rein. Das ist ein Haus da, der ist versetzt hier. So, ich brauche jetzt 47. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, bitte jetzt nicht fahren, bitte nicht fahren, bitte fahren. Okay, danke. Ja, ich... Pass mal auf. Wie viel Zeit haben wir noch? 13 Minuten. Wo müssen wir hin, Simon? Das packt man noch. Hier rechts sind die Hütte da. Ich bin schon zu weit. Ja. Ich bin jetzt nicht der Ernst. Okay, ich muss halt jetzt ausreinen, wie lange ich brauche bis rüber. Also 47 war es. Du brauchst bis zum Processing brauchst du 2-3 Minuten. Zurück brauchst du 2-3 Minuten. Ja, wenn es stimmt, dann ist gut. Oh, hier ist es... Halt dich recht, ich überhole dich. So, wo kann ich das Ding verkaufen? In einem Haus da drin. Hier, in dem Haus drin, ja. So, 30.000 für 20.000. Michael, du brauchst 2-3 Minuten nicht. Ich war 80. Einige Länderwagenladung gibt 45.000. Welches ist jetzt meiner, oder? Ich war 45.500. Ach, das hier. Oh, bitte Jesus, es gibt Gas. Alter, das sind vernommen 100.000. Wenn ich das nicht schaffe, dann ist 100.000 verloren. Ich habe es genau 45.000 bekommen. Ah, ich musste es schaffen. Gibt Gas, Baby. Ey, ich habe fliegt... Da fliegt... Was fliegt da für ein Wagen? Äh, Haley. Ah, da fliegt ein Merv... Wie heißt es? Ein Mohawk. Echt? Ja, da ist gerade ein Mohawk an mir vorbeigeflogen. Ah, das war ein Mohawk. Siehst du ihn? Ja. Ah, ich will ein Mohawk fliegen. Schon eine Minute vorbei. Ich habe jetzt 65.000. Kann ich mir davon irgendwas anständiges kaufen? In Mercedes Truck. Da kannst du auf jeden Fall was anständiges kaufen. Nee, ich würde raten, fahr nur eine Ladung Kupfer. Dann kannst du alle den Truck kaufen, wo ich habe. Aber ich glaube, erst nach dem Wüster. Ja, erst nach dem Wüster. Ja, erst nach dem Wüster. Was hast du für ein Dinger? Den Samark. Kausch dir 12.000. Ich bringe jetzt das was Geld zur Bank. Ich wollte gerade sagen, Simon, fahren wir mal zur Bank. Fahrt aber in der Stadt lang zu weg. Michael, vollzeit das in Kontrollen. Ja. Und die Schranken sind schon wieder zu. Die waren noch vorher schon zu, sie mal. Ich habe gedacht, die haben die aufgemacht. Oh, Gott, schon wieder kaputt. Mist, am Ende sind wir schon wieder reparieren. Ja. Ihr mit eurem Bremsweg ist so. Ja, ich habe vergessen, nichts zu tun. Ja, du fährst auch nur 80. Naja, aber trotzdem, man kann ja Eicherts wie längst und Karri zum Stande brauchen. Auf dem Gelände-Truck, also. Michael, du kannst mir auch nicht sagen, dass du neu in dem Spiel bist. Du hast ja auch schon knapp 50 Spielstunden oder so, oder? Ja. Schauen geht es mir jetzt vollkommen egal. Ich fahre es einfach aus. Ja, das ist einfach die Momente, wo du nicht aufpasst. Und dann triffst du vor auf die Handbremse und dann wachst du es doch in das Ding. Ja, gut. Verboten drumrum zu fahren. Passiert halt. Ne, Moment, ja. Also, wir müssen andersrum. Oh, 50 schon drei Minuten. Was, wir müssen andersrum? Darum geht es zur Kupferminie. Nach Krawala geht es andersrum. Ach, klar. Nachherdings. Ja, keine Aufregung. Warte. Simon, du hast das gleiche Mikrofon wie Elsa. Nein. Ähnliches, aber nicht das gleiche. Baumann wurde getötet. Ach, Tom Baumann. Michael, können wir es vielleicht so machen, dass ich dir vielleicht auch ein bisschen Kupfer gebe, dass du es auch prozessieren kannst oder veredeln. Und das dann wieder mir geben, damit es schneller geht. Da muss ich aber vom Trader dann wieder zu dir zurück und in der Zeit hast du eh schon alles fertig. Weil ich habe ja eh keinen Platz dann, wenn ich jetzt Processing mache. Wow, hier steht ein Typ. Echt? Ja. Was will der? Ich weiß es nicht, Sima, gleich. Also ich bin gleich da. Beim Kontrollpunkt gibt es auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, Simon. Alter. Junge, Junge, das war überhaupt nicht knapp. Ach was, das war überhaupt nicht knapp. Pass auf, pass. Alter. Alter, jetzt pass mal auf. Ich könnte mich gerade noch retten, ja. Okay, also fünf Minuten. Ja, warum hast du mal stark gehalten? Ja, weil ich, weil ich, weil mir ja 50 Begrenzung gibt, habe ich das brauchen. Jetzt hast du schon in Kavala. Michael, ich freue mich. Da ist nur ein Auto. Ach so. Nur ein Auto, aber der Motor läuft, niemand drin. Ich mache gerade das Processing im Auto. Boah, das 50 ist so langsam. Das ist vollkommen übertrieben einfach nur. Fühlt sich an wie, was auf dem Dach ist, niemand. Ja, jetzt mal zu Fuß schneller. Ja, so fühlt sich's auch an. Ich muss aussteigen. Soll es hier unsere Parkkünste beweisen? Parkkünste beweisen. Parkkünste beweisen. Oh, oh, oh. Oh, Gott. Ja, genau. Ich hab'n Tolle, ja. Ah, wo... Wo ist man, wie's hier? Jetzt muss ich aber noch ein bisschen rangieren, weil ich komm's uns nicht rein. Ach, jetzt guckst du, wie gut ich schrieb was ein Park. Hast du's gesehen? Oh Gott, bin ich auch noch gegen die Wand gefahren. Ja, ich hab's gesehen. Alles, alles auf Band. Ach, jetzt. Das hab' ich auch auf Band, wie du gegen die Wand gefahren bist. Tobi, das ist doch interessant. Das ist doch interessant, ja. Hauptsache erstmal zur Bank. Eww. Na ja, okay, dankeschön. Kann alles sein, was ich hauen. Schnell, 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 Alter. Ich mag 100.000 Euro nicht verlieren. So, jetzt hab' ich 63.660 auf der Bank. Genau, 45.000. Ich hab' auch genau, also ich hab' 45.000 bekommen halt. Prost, ja, nach dem Restort fahren wir noch mal. So ein, zweimal. Du hast jetzt Wie viel auf der Bank? 68.000, der fliegt an uns vorbei. Oh, das sind diese Truck, den man sich kaufen kann, wie viel kostet der? Ich guck' gerade, ich bin grad beim Shop, beim Car-Shop. Der fliegt echt zu mir. Nee, den gibt's nicht da, den gibt's woanders. also das schlack hier gibt es ein extra schlack und 60.000 wenn du den permanent kaufst nee es gibt einen anderen trug der ist bei einem prozessieren das bei mussten irgendeinem anderen händler ist der halt jetzt hat gekauft war er ist immer noch nicht so beim trug händler da unten südlich von kawala gibt es dort händler da erhältlich guter da gibt es den tag den und der tag den du doch gerade hast du wirst wie viel kostet 112.000 ich habe eine maus verloren ernsthaft die war auf den zweiten holen also ich muss jetzt abhauen so spack ist der mist ich habe nur sechs minuten und können aber müssen wir müssen wir müssten beide nicht noch mal zweimal kupfer fahren mit unseren geländewägen dann können wir uns den tag leisten das kostet ja 120.000 ich kann den kopf anzeigen wir könnten noch dreimal fahren mit uns den größeren drücken größer und so einfach nur irgendwo hinstellen und warten und dann kriegt man auch 1.500 ja aber das sehen die zuschauer nicht so gern im display so jetzt heißt es gas geben so jetzt haben wir noch sechs minuten bis zum server result was machen wir keine ahnung ich muss gas geben ich habe den tipps im wagen angelangt auch ja 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 ja